Brauchst du ein neues Opfer? Was meinst du damit? Zum Beobachten braucht man nun mal Objekte. Keine Angst, die finde ich auch ohne dich. Sag mal, was hat eigentlich Eva aus Alistia genommen? Ich meine zuletzt. Was heißt zuletzt? Na, bevor sie verreist ist. Woher soll ich denn das wissen? Ich dachte, du hättest sie beobachtet. Na ja, wenn ich sie halt getroffen habe. Sie hat nur erzählt, ihr hättet euch sehr oft getroffen. Sag mal, was willst du eigentlich von mir? Vielleicht dasselbe, was Eva bekommen hat. Von LSD wird man nämlich schlecht. Von mir hat sie nichts bekommen. Aber du weißt, was ich jetzt her hatte. Frag doch Lisa. Und du belieferst die ganze Bandit.